Wehe, Mods, ihr habt jetzt wieder komplett unlustige Scheiße rausgesucht. Dann würde ich sagen, Leute, wir starten rein. Nicht lachen Challenge. Jedes Mal, wenn ich lache, ab jetzt, jedes Mal, wenn ich lache, werde ich einen Sub verschenken. Okay, let's go. Aua. Oh no. Uff. Das tut ja mehr weh. Oh nein. Ey, Bro, warum sind die Menschen so lost, Alter? Ja, okay, zwei. Zu dumm, ey. Die arme Frau. Oh, die sind ja richtig auf die Treppen geprettert. People of Charlotte, take cover. It's pandemonium out here. We can barely stand up. I'm gonna get blown away. ARSE. 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 Ey, guck mal, sie ist einfach wie so ein Walross, einfach so no front, aber einfach wie so ein Walross, was sich so ins Wasser rollt, guck mal Lost, was ist mit den Menschen los, er ist ja richtig aufs Gesicht geflogen, warum finde ich diese Frauen so lustig Warum will ich diese Frauen so lustig wieder einfach, ey, also die Menschheit ist einfach, Bro, die Menschheit ist einfach lost Hand weg, sorry Shadow, er nimmt es ja richtig streng hier, okay, jetzt ohne Hand vorm Mund halten Das ist ja einfach nur dumm Das war halt einfach nur dumm Oh, oh, gefährlich, gefährlich Ey, Mann, warum finde ich diese alten Leute immer so lustig Das ist ja nicht so lustig Aber ich weiß nicht so lustig Vielen Dank. Vielen Dank. Die wurden einfach unter Wasser gezogen. Okay, das war krass. Perfekt. Now, now. Hey, Bro. Bro. Wow. Der Arme, Dinger. Ey, Leute. Ich will diesen Clip nochmal sehen. Oh mein Gott. Der Arme. Er hat alles gegeben. Alles gegeben. Oh mein Gott. 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 Ah, manche Dinger sind aber auch echt schmerzhaft. Leute, ich finde das Ding lässt irgendwie nach. Ich fand am Anfang mal die Clips besser. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir sind ja auch gerade bei so einer schönen Zahl angekommen. Zehn. Zehnmal habe ich gelacht. Das heißt, zehn Subs werde ich jetzt verschenken. Einfach hier random an Live-Zuschauer. Das heißt, zehn neue Leute sind dann in der iCrimics Gang drin. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.